Flappy Bird von Dr. Unglaub Und Leute, nicht ein Wunder, ich bin der Sommel, der Bruder vom Semmel. Sprich auch wahrscheinlich, hätte man es noch nicht richtig gehört, aber ich sprich allemannisch. Wisschen. Nur ganz leicht, ganz leichter Dialekt habe ich da. Also ja, für die Experten, die haben es bestimmt gemerkt, andere wahrscheinlich nicht. So, das Ziel und das war es schon. Können wir wieder mal machen, oder? Voll cool. I will.